Moin Leute, bald ist es soweit, dann startet nämlich endlich Disney Plus als der Swimming-Dienst, der natürlich mit über 500 Filmen, mehr als 350 Serien und 25 exklusiven Disney Plus Originals auf euch wartet. Und ich hab gedacht, ich erklär euch heute alles über diesen Swimming-Dienst, also viel Spaß in der Nerd-Schule, eine neue Folge von mir, ich bin Dennis und das ist natürlich Nerdtaste, viel Spaß mit diesem Video. So, ich hab euch ja erzählt, wie viele Filme, Serien es gibt natürlich, aber heute veröffentlicht Disney Plus die Inhalte für den Start am 24. März in Deutschland. Dazu gehören auch alle 30 Staffeln der Kult-Animationsserie Die Simpsons mit mehr als 600 Folgen. Fans können sich derzeit zum Frühbucher-Rabatt von 59,99 Euro im Jahr für Disney Plus anmelden. Dieses Frühbucher-Jahres-Abo ist nur bis zum 23. März 2020 jährlich, also wenn ihr das noch haben wollt, müsst ihr schnell zuschnappen und natürlich euch dieses, ja doch schon günstiges Angebot ordern. Alle Informationen und Details zur Registrierung sind auf dissiplus.com zu finden. Der reguläre Preis zum Launch von Disney Plus wurde bereits für 6,99 Euro im Monat und 69,99 Euro im Jahr bestätigt. Ja, zum Launch können sich Fans auf die schönsten Klassiker, die neuesten Blockbuster und beliebtesten Serien sowie auf explosive Disney Plus Originals freuen. Ob Geschichten aus einer weit, weit entfernten Galaxis und natürlich Star Wars, spannende Dokumentation aus fernen Ländern, Action-Geladene Superhelden-Power, natürlich von Marvel bis hin zu purer Disney-Magic. Disney Plus ist ein Swimming-Service, auf dem jeder etwas findet. Auch natürlich die Skywalker-Saga findet auf Disney Plus ein neues Zuhause. Von Star Wars werden nämlich die ersten Episoden 1 bis 8 auf dem Swimming-Service für Reaper sein. Star Wars, der Ausstieg Skywalkers wird bereits im Sommer folgen. Also das müsst ihr mal euch reinziehen. Der kommt natürlich jetzt, ich glaube Ende April ins Heimkino und wird auch direkt gleich, wie gesagt, im Sommer auf dieser Plattform erscheinen. Star Wars-Fans können sich zudem auf die von Kritikern gefeierte Finale-Staffel von Star Wars und Clone Wars sowie das mit Spannung erwartete Disney Plus Original The Mandalorian des ausführenden Produzentens und Autoren John Favreel freuen. Also da bin ich sehr gespannt, da werde ich auf jeden Fall noch was zu machen zu The Mandalorian. Darüber hinaus wird es natürlich auch eine große Auswahl an Marvel-Filmen und Serien geben, darunter natürlich Captain Marvel, Guardians of the Galaxy, Avengers Endgame, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. und natürlich Marvel's One Race. Es werden auch 20 Pixar-Blockbuster-Filme verfügbar sein, darunter oben. Alles steht Kopf und findet Dory. So wie brandneue Kurzfilme wie Lamp Life und Pixar in Real Life. Unter der Marke National Geographic findet sich neben den Oscar-Gewinneren Free Solo auch Inhalte wie die BAFTA-nominierte Dokumentation Jane, der Sundance-Award-Gewinner Science Fair sowie die von Will Smith moderierte Serie One Strange Rock. Was man aber natürlich auch nochmal sagen muss, ganz ehrlich an diesen Disney Plus Streaming-Dienst, mit einem noch nie dagewesenen Zugang zu den Disney-Meisterwerken werden beliebte Klassiker wie Cinderella, das Dschungelbuch und Ariel, die Meerjungfrau, aber auch neue Animations-Highlights wie Die Eiskönigin Völlig Unverfroren, Rapunzel- oder Live-Action-Neuverfilmungen wie Der König der Löwen oder Die Schön und das Biest verfügbar sein. Aber auch nicht zu vergessen sind die Lieblingsserien der Fans, wie Phineas und Furb, die Gummibärenbande, Hannah Montana, äh, Hannah Montana, manchmal meine ich hier, und die DuckTales. Zudem werden hunderte Disney-Channel-Serien, Kurzfilme und Specials zum Streaming verfügbar sein. Aber natürlich dürfen auch Hollywood-Blockbuster wie Cavill Online zu Hause, Mrs. Dopefire, Ice Age 1-4, Sister Act und James Camerons Oscar-prämierter Avatar-Aufbruch nach Pandora natürlich auch nicht fehlen und runden das Angebot perfekt ab. Was natürlich aber viele auch sehen wollen, sind natürlich diese ganzen Disney Originals. Wie bereits angekündigt, werden 25 exklusive Disney Plus Originals erhältlich sein, inklusive der mit Spannung erwarteten Serie High School Musical, das Musical, die Serie, The World Accoding to Jeff Goldblum, Forky hat eine Frage und The Imaginary Story, sowie dem Film Susan Streuch, Togo der Schlittenhund und Timmy Flop versagen auf ganzer Linie. So, jetzt wollt ihr natürlich auch mal irgendwie auch nochmal wissen, auf welchen Geräten kann ich überhaupt Disney Plus abspielen? Abonnenten wird es zum Start möglich sein, das Disney Plus Erlebnis auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten zu erleben, inklusive Spielekonsolen und Smart-TVs. Denen Benutzern wird höchste Qualität und werbefreies Sehvergnügen auf bis zu vier Endgeräten gleichzeitig geboten. Zeitlich unbegrenzte Downloads, Inhalte, personalisierte Empfehlungen und die Möglichkeit, bis zu sieben personalisierte Profile anzulegen. Darüber hinaus haben die Eltern die Möglichkeit, eigene Kinderprofile zu erstellen, die einfach zu bediesen und kindergerechte Inhalte bieten. Also, ihr kennt das vielleicht von Netflix genauso, dieses Format oder diese Idee werden sie da wohl importieren. Aber gut, da haben sie vielleicht mal ein bisschen sich was abgeschaut. Wie bereits verkündet wird der Swimming-Service in UK, Irland, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Österreich und der Schweiz am 24. März starten. Weitere westeuropäische Länder, inklusive Belgien, Skandinavien und Portugal, werden im Sommer 2020 folgen. So, das war einmal eine grobe Übersicht, was überhaupt Disney Plus, der Swimming-Dienst, der jetzt auch bald startet und ich glaube auch einiges dieser Landschaft, sagen wir mal, ein direkter Konkurrent, sagen wir mal, zu Netflix wird. Und ihr habt da mal ein bisschen mitbekommen, welche Filme, Serien, alles mögliche starten wird und natürlich auch wo ihr das abspielen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und natürlich lasst gerne hier ein Abo hier, wenn euch das hier auf jeden Fall auf meinem Kanal gefällt, weil demnächst wird es natürlich auch andere Videos geben. Natürlich wieder zu Marvel, zu irgendwelchen Comics-Serien, zu Cartoons, alles mögliche. Seid gespannt, was hier kommt. Ich bin Dennis, ich bin raus. Bis dann und schau und bam. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020